Maverick, du filmst gerade, ist das ein Traum? Ob du einfach die Kamera im Anschlag hast? Wir haben gerade eine halbe Stunde in der Rebank, das ist einfach edig. Hey Leute, jetzt ist es mal Zeit, hier wirklich was zu arbeiten. Ja Digga, das ist wack, wenn man so runter kommt mit dem Körper ist schon alles scheiße. Dann machen wir es Sober Oktober, wollen die Leute, das habt ihr schon denen gesagt? Ich möchte jetzt mal jeden kurz aus der Gruppe vorstellen, ja? Hallo, ich bin Adrian und herzlich willkommen. Weiter, weiter. Hallo. Ich bin Ab. Das Power aus der Zelle ist die Mitochondrie. Hat mal jemand eine Vagina von einem Hund gesehen? Tryhards oder Tryhards? Tryhards. Ich sag mir immer, ich kenn den Begriff Tryhards. Was willst du mir sagen? Stell dich vor. Papa. Hola, what? Forget you. Mal das große? Ja Leute, guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Geile Badebogen. Geile Badebogen. Aber nochmal kurz hier. Scheiße Digga. Guten Morgen, ich liebe Jerry, dass du auch mit dabei bist. Absolut legendär. Ich denke es gibt einen Uso jetzt. Geil hier. Ja? Auf jeden Fall. Was ist das? Äh, willst du Bier? Sie sagt einfach nichts, ne? Okay. Ja gut. Ey, glaubt ihr, das passt zu meinem Kopf. Okay Leute, ich kann es nicht glauben, dass diese gesamte Gruppe sich hier wirklich versammelt hat. Wann ist das schon das Bild? Ja, ist das Bild. Ja, geil Mann. Ey, ohnehin es ist eine sehr, sehr große Gruppe und ich freue mich, dass wir uns alle hier versammelt haben. Alle rauf. Juckt niemanden die Ansprache gerade? Darf ich mir. Mal kurz vor euch den Text probieren. All I won't forget you. Nein, das ist von euch der Text. Überrohrflitzer. Ja. Einwohnerführerschein. Der Mann! Wie voll bist du? im zu fühlen. In der Hand, in dem umhren und in der Nähe. Nach all der Zeit hat Rewie es endlich geschafft, ein Leben im Einklang zu führen. Der Devil Inside ist. Moment mal was ist denn das? Die Paprika! Die Paprika! Die Paprika! Ey! Zeit mal raus! Und jetzt ist Spaß! Ich bin frei! Ich bin frei! Wir lieben uns. Digger, diese Typen sind einfach nur durch. Ich habe kein eigenes Leben, deswegen war es gut. Ich bin sehr gut, du gehst unter der Wasser. Ich bin kurz in drei Monaten zu trinken, Alter. Haltet alle mal eure Maul. Ich habe ein Problem. Das will ich jetzt auch öffentlich hier bekannt machen. In Englisch, bitte. Okay. In Englisch, bitte. Listen, buddy. I have one more time, man. Okay. What is the problem? When I am in my road, you know, I can't stand, man. I just can't stand. And that's a big problem. Because if I see people, and they want to talk normal to me, I say, I can't stop, man. It's not possible. And I'm just, I'm just repeating myself. And just continue, 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 man. And I can't stop it. And that's my problem. What's your problem, Alter? Wie sagt der eins? Du verlierst ehemals die Glocke. Okay. Du kommst ja wieder raus. Gut. Und mit meiner Hilfe, wer bist du? Ganz nach oben kommen. Nächstes Mal gleich unanspricht. Ganz nach oben. Denn unser Wacherwert. Hey, küsst euch da. Liegt ganz oben. Sehst du das? Siehst du einmal so ein... Mufasa ist da oben. Zuerst. Schau mal, das Meer hat eine türkis-weiße Farbe durch die Beleuchtung. Sehst du diese natürliche Beleuchtung der Erde? Ja. Viele wissen das nicht. Was erleuchtet ist die Schwerkraft. Bobby. Oh, Stan. Bobby. Oh, Stan. Bobby. Right in the back. Stand by me. Stand by me. We have a reservation for 18 people. So, there's a problem with the renovation. But excuse me, sir. What do you mean? Sir. You are too naked. One won't forget you. All I won't forget you. Ich rede jetzt auch. Morgen ist sick. Was wird denn morgen? Morgen ist die gute Frage. Yes, sir. Oh. Welche Frage ist es denn? Ja, ja. Nee, scheiße. Alles klar. Das ist ein geiles Outro. Das ist auch einfach wichtig sich aufs Schneiden einzustellen. Und da braucht man auch einfach manchmal die dementsprechende Musik. Ich bin hier ein wenig am schneiden. Ich muss wirklich sagen. Wir haben eine super, super geile Gruppe hier gerade kennengelernt. Eddy Toronto. Das war ein kleiner Vorgeschmack jetzt hier, was auch auf euch zukommt. Die nächsten ein bis zwei FLUGs werden hier auf jeden Fall noch ein bisschen Content von hier kommen. Wir haben am 14. im Übrigen den Drop von den Schlappen hier. Die haben auch alle sehr gut abgefeiert. Da kommen die Schlappen. Da kommen auch die Badehosen. Da kommen die Caps. Die Ketten. Die neuen. Also schaut auf jeden Fall vorbei bei Ola Kala. Im Übrigen auch ein paar Artikel von der alten Kollektion. Schaut gerne einfach im Ola Kala Shop vorbei. Liebe Leute, vielen Dank für den Big Baba Support. Dicker Grüße geht raus an euch. Und wir sehen uns dann nächstes Mal, wenn es wieder heißt. Ganz da rum.